Nein, das passt hier! Dann muss ich runter! Nein, das passt hier! Nein, das passt hier! Nein, das passt hier! Okay, das war schon richtig! Nein, das passt! Okay, eine Sicherung! Nein, das passt! 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 Ah, ja! Nein, das passt! 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 Ich bin ratlos. Wie braucht man das Denk? Ich hätte jetzt hier... Das... Nein, das... Nein, das... Nein, das... Nein. Okay, vielleicht kommen ja noch die näher dazwischen. Ich kubu so. Ich kubi. Nein, das... Let's pussy. Nein, das... Ja. Nein, das passt nicht überhaupt. Kein einziges Teil passt da drauf. Mysteriös. Ja. Nein, das passt. Sag mal, willst du mich verarschen? Das muss doch mal möglich sein. Das muss doch mal möglich sein. Zusammen zu basteln. Nein, das passt nicht. Ich bin ein zweites Teil. Was ist das Wichtig? Das kann ich sicher sein. es tut sich nicht aha wird jetzt was aus ok wenn wir da jetzt noch etwas ausfahren ok ist das hier ein Knopf? Nein, ich habe einen Knopf sehr schön deswegen ist es auch ein T-Stück jetzt haben wir noch bestimmte Kabel hier Kabelbuchse nein, das passt nicht nein, das passt jetzt ist die Sicherung mit Pappels jetzt haben wir Kupus-Dinger auf jetzt haben wir Kupus-Dinger auf wir kommen jetzt hier irgendwo nein, das passt mhm mhm nein, das passt 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 Nein, das passt! Nein, das passt! Ist noch irgendwo ein Knopf, den wir nicht ausgefahren haben. Da sitzt noch das... Nein, das passt! Ja... Ich hoffe, die Bildwahl hat irgendwas zu sehen, was hier noch mal nicht zu sehen ist. Die Kabel sind drin. Ich schalte noch mal drücken. Das ist noch der... Das ist... Ja... Nein, 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 nein! Jetzt läuft es, aber es hat noch kein... Ich sollte die an... Der Antender aufbauen. Nein, 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 nicht hier runter. Ich sehe uns hier mal einen Kubus. Nein, das passt! Nein, 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 das passt! Das passt dahin! Weißt du, das... Ich gucke hier sogar in meine Komplettblosung rein. Das muss da reinpassen. Das spricht nicht der Komplettblosung. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Genau... Knopf, den wir nicht ausgefahren haben. Tja... Du Kuhnbusser. Nein, das passt hier nicht. Hm, das passt hier nicht. Tja, ich verstehe nicht ganz. Ja, aber springen will ich jetzt irgendwie auch nicht machen, ist doch bestimmt wieder ein Achievement für. Nein, das passt hier nicht. Hm, hätten wir den Empfänger noch irgendwie dazwischen bauen müssen. Ich verstehe es nicht ganz. Das klobige Teil noch irgendwie mit einbauen. Ja. Oh. Jetzt müssen nur noch die Kuben in die richtige Reihenfolge gebracht werden. Wenn ich mich richtig erinnere, muss nur darauf geachtet werden, dass die Kuben, die zusammengehören, auf der gleichen Seite der Antenne angebracht sind. Ja. Ah ja. Jetzt können wir hier auch. Jetzt können wir hier Kuben platzieren. Das war das ein großes Rätsel, welche in welche Reihenfolge platziert werden müssen. Ja. 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 Sie muss das sagen, mir bestimmt auch noch was Ok, woher erkennt man, dass das hier nicht reinvölkt richtig ist Tja Woran erkennt man das? Die sehen beim Absenblech aus Gibt es da und hier ein Muster, was da Müssen wir zeigen, wie die richtig sein können Ok, das ist jetzt so Das ist so Wird nie was irgendwie gelöst? Wenn das so ist Könnte der noch da reinpassen oder nicht? Ich denke, ich gehe da ja um Alle Teile sind jetzt eingerastet Ich möchte hier noch einen, der so funktioniert Im Prinzip könnte der doch hier hinpassen oder? Das könnte gleich hier hin Ah ne, das hier doppelt sichs Ich gehe nach Tod Das ist der Vielleicht Da gibt es diese Muster hier Und zwei in der Mitte, zwei Ne, das nimmt dann wieder Der, der muss weg Der untere Dann macht die zwei, das würde da reinpassen Und das passt nicht Und der obere passt noch nicht Das ist meine Fassung Bis zum nächsten Mal Magaziner 입니다 опрос Der muss woanders hin. Der könnte da hin passen. Und die 3. So würde es doch nicht richtig sehr gut zusammen passen. Dann gehen wir noch da hin. Ratter 2. Passt. Sehr schön. R-Ruscher freigeschaltete Funkcafé und Alleingänger. Sehr schön. Na dann benutzen wir das Ding mal. Jetzt läuft es wieder, aber es hat noch keinen Empfang. Aha. Wieso hat es keinen Empfang? Ja. Sehr schön. Ja, der Empfänger erkennt das Gerät. Na dann wollen wir mal. Sehr schön. Mal sehen. Jetzt müsste ich auf Empfang sein. Der hat direkt genug gedauert. Hallo? Zeitleitstelle? Irgendwer? Hier ist Funkcafé. Hört ihr mich? Zeitleitstelle? Hallo? Kommt mir noch schlecht. Schnell. Amplifier. Wir haben eine Verbindung. Nein. Dank. Wir versuchen seit Tagen euch zu erreichen. Wir haben ein Problem. San Francisco ist... Hallo? Hallo? Die Verbindung ist sehr schlecht. Können wir... Hallo? Quadi? FAKE! FAKE! Die Zeitrift ist bereits zu stark. Unsere Zeitlinien weichen mehr und mehr ab. Wir versuchen dich jetzt mit den anderen Teams zu verbinden. Bevor der Kontakt ab... Quadi? Oh nein. 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 Bitte. Bitte nicht. A Koala. Wow, verdammt gute Verbindung. Ist wieder. Dina, du lebst. Wo sind die anderen aus deinem Team? Wir haben hier ernste Probleme. Wir wurden getrennt. Ich fürchte, sie sind... Hey! Bist du das? Bitte komm. Warte kurz, Dina. Hey! Wir haben uns gerechnet! 29.50 ist zu spät! Joseph? Oh mein Gott! Was ist da bei dir los? Wir können den Klimagau nicht mehr aufhalten! Wir sind mittendrin! Ich wiederhole! Wir sind! Ups! Das ist schlecht. Verloren! Wir haben... Verloren! Mission abbrechen! Bringt euch... Bringt euch in... Sicherheit! Dina! 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 So melde dich doch! Oh nein! Dina! 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 Jetzt bin ich an dieser... Dina! 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 Dann bin ich... Dina! Dina! Die wieder... entlang... Das dür Chris... Joa! the.. Na! Um Francesca... äää... Okay, suchen wir mal nach ihm. Nachdem wir uns ja ungeguckt haben. Einheit zu sein. Hm. Nein, da ist nichts. Oh. Es fällt immer was in die Ritzen. Da war aber nichts. Schade. Ich würde gerne, aber ich habe eine Mission. Was für eine wunderschöne Landschaft. Aber was soll das darstellen? Hey. Das sind Bäume. Ich habe noch nie in meinem Leben Bäume gesehen. Es ist viel zu groß. Es ist das einzige, was diesen Ort hier gemütlich macht. Hm. Ja. Das ist besser. In dem komplett zerstörten Haus. Der juckt das gerade. Das ist gar nicht das schief. Ich kann sie nicht öffnen. Ich bin klar, wo ich jetzt. Das war knapp. Ich sollte aufpassen, wo ich hintrete. Ja, das wäre wohl besser. Und auch nicht. So viel zu aufpassen, wo ich hintrete. Wie komme ich da jetzt wieder hoch? Haltet durch, Nigel. Ja. So eine trübe Brühe. Ich kann leider nicht... Wieso haben sie es nicht gelernt? Wir leben unter der Erde. Ich musste es nie lernen. So, so. Eine Nylonschnur. Reißfest. Nein. Unzerreißbar. Ah ja. Irgend so ein alter Federmechanismus hat die Leiter wieder nach oben gezogen. Haltet durch, Nigel. Ich lasse mir etwas einfallen. Keine Chance. Zu hoch. Die Tür ist fest verschlossen. Außerdem wird sie von einem Haufen Schlick blockiert. Ich höre nur ein leises Knarren. Und Schritte? Nein. Doch nicht. Verschlossen. Was auch sonst. Die Tür ist fest verschlossen. Außerdem wird sie von einem Haufen Schlick die Tür bewegen. Die Tür ist fest verschlossen. Außerdem wird sie von ein... Ich höre nur ein leises Knarren. Und Schritte? Nein. Doch nicht. Es ist eine Stange. Hm. Diese Stange ist locker. Ich nehme sie mal mit. Tja, ich kann mal jetzt hier die Leiter runterholen. Keine Chance. Das Messer ist scharf genug. Sehr schön. Okay, vielleicht können wir uns eine Angebung. Ich habe das Seil an die Stange gebunden. Und nun? Ich kann uns ein Fische anrufen. Ich könnte es vielleicht da hochwerfen, aber es würde nicht halten. Ich sollte mir etwas anderes überlegen. Ich will gar nicht wissen, wie tief das Wasser hier ist. Gehen wir einfach mal davon aus, dass es tief ist. Das Seil bekomme ich auch. Ja. Ich könnte es vielleicht da hochwerfen. Ich sollte mir... Ich geh mal hier und was da nutzt. Na dann wollen wir. Okay. Okay.